Auf beiden Seiten gibt es gerade so Schwergewichte, die sagen, Bitcoin geht nach oben oder Bitcoin geht nach unten. Und genau die Themen gehen wir heute kurz an, denn wir reden über Grayskills-Potitief. Sind die wirklich politisch oder welche Gefahr haben wir? Wie sieht es aus mit Binance? Die Strafe von 4,3 Milliarden Dollar. Kann man die stemmen und was würde passieren, wenn nicht? Wie sieht es mit Cheng Peng Zhao aus und vieles, vieles mehr? Bleiben wir also dran, um nichts zu verpassen. Wir sehen uns gleich nach dem Intro. Der Gefühlsparameter zeigt die Richterzahl von 68 im Kryptomarkt. Wenn wir in die News hineingehen, dann fangen wir zuerst mal ein bisschen maklökonomisch an. Denn es ist interessant, argentinisches neuer Präsident Javier will da unbedingt was ändern. Und zwar den peso quasi abschaffen, den argentinischen und mit dem US-Dollar ersetzen. Das grosse Problem hierbei ist insbesondere natürlich die Überlegung. Auf der einen Seite, ich habe es mal in Schweizer Franken aufgezeigt, haben wir über 99,4% an Wert verloren. Das ist eigentlich sehr, sehr wahnsinnig. Da muss natürlich was tun. Nur macht man sich natürlich mit dem Dollar einen Gefallen, das muss man sich ein bisschen die Frage stellen. Auf der einen Seite ist Dollar immer noch die Weltwährung und für sie, für den Zugang für Import-Export sehr, sehr wichtig. Also ja, man kann den Dollar sehr wohl natürlich mit Pesos ersetzen. Das grosse Problem dafür ist eigentlich eher ein bisschen, wie wird der Umwandlungssatz sein bei den Privateinlagen? Das ist alles ein bisschen schwieriger, als man denkt. Es gibt viele Fondsgebundene Teile, auch mit der Wiesen. Das muss alles geändert, gemacht werden. Die kompletten Automaten sind wahrscheinlich schon ausgerüstet mit Dollar, aber vielleicht noch zu wenig und so weiter und so fort. Wenn man das natürlich anschaut, wie die Inflation aktuell so ein bisschen aussieht, dann ja mit 142% kann man sagen, ja, diese Währung ist gescheitert. Auf der einen Seite ist es nicht nur die Währung, es ist natürlich auch die Politik, die da gescheitert ist. Aber auch hier kann man sagen, Bitcoin würde das ganze Thema fixen. Also wäre es vielleicht sinnvoller, das Ganze in Bitcoin zu investieren. Er ist zwar ein Kryptofreund oder ein Bitcoin-Befürworter, aber er selbst ist jetzt nicht so wie in El Salvador, wo man sagt, El Salvador, Entschuldigung, dass man das Ganze so nutzen wird. Wird also für uns noch sehr interessant. Dann gibt es eine interessante Diskussion gerade, und zwar geht es um die Spot-ETF. Quasi, wer wird jetzt hier als Partner für den jeweiligen Vermögensverwalter auftreten? BitGo sagt, ja, wer sagt eigentlich, dass es hier immer nur Coinbase sein wird? Die Diskussion ist sehr interessant, die hat auch einen relativ grossen Diskussionsstoff geliefert. Im Endeffekt hat aber Bloomberg klare Analysen gemacht, was wurde überhaupt bei den Spot-ETF-Anträgen angeschaut. Und das steht natürlich Coinbase jeweils im Vordergrund. Einmal bei Fanec Gemini, ja, bin ich mir nicht so sicher, ob das gut ist. Self-Custody von Fidelity könnte interessant sein, könnte aber auch ein kompletter Flop sein. Man kann sich da natürlich ein eigenes Bein stellen. Auf der anderen Seite kann man sagen, ja, Coinbase hat die Reibereien mit der SSI. Macht es Sinn, ja oder nein? Gut, kann man so ein bisschen stehen lassen. Wird auf jeden Fall noch interessant, wie es da auf jeden Fall aussieht. Aber zum Thema Spot-ETF kommen jetzt auch interessante Analysen dazu. Ich habe da ehrlich gesagt nie darüber nachgedacht, aber die Idee finde ich sehr, sehr gut. Grayskull Bitcoin Trust könnte Abflüsse in Höhe von 2,7 Milliarden US-Dollar verzeihen, wenn die ETF-Umwandlung genehmigt wird, so JP Morgan. Die Idee dahinter ist natürlich unter anderem eben die Gebühr. Die könnte unter anderem sehr interessant werden für den Wandel. Das bedeutet aber auch, so sagt man hier in diesem Bericht, dass die 2,7 Milliarden US-Dollar nicht das komplette Ausmass sein kann. Es könnte noch viel mehr sein. Und das ist etwas, was mich ein bisschen getriggert hat, denn es würde eigentlich theoretisch passen zu dem grossen Abverkauf. Aber nochmals, wir wissen noch nicht, wann das entschieden wird. Also muss man ein bisschen vorsichtig sein. Aktuell gibt es sehr viele bullische Menschen, die sagen, es geht sehr, sehr bullisch. Auf der anderen Seite gibt es sehr viele, die nur von Tiefer und Tiefs reden. Ich bin halt der, der sagt, Leute, wir müssen wie die Jedis sein. Also weder Sift noch Jedi, sondern wir sind die grauen Jedi. Wir stehen ein bisschen dazwischen, manchmal die linke, die rechte Seite. Man muss es halt einfach ausnutzen, wie der Markt gerade ist, aber vorbereitet sein auf beides. Ripple ist auch interessant. Ich habe euch ja schon gesagt, Ripple hat Metaco gekauft oder wir kaufen, wie auch immer das Ganze noch ein bisschen abläuft. Hier sagt man jetzt, ja, es hat viele Vorteile. Metaco ist natürlich an sehr viele Banken gebunden. Ripple will natürlich mit XLPR, XRP, Ledger unbedingt in diesen Bankensektoren weiter vordrängen und für sie ein strategisch mega geiler Zug. Und jetzt ist die ganze Abwicklung am Vormarsch. Man liest aber auch aus diesem Bericht heraus, wie schwierig das unterfangen war, denn viele Banken haben sich zurückgezogen bei Metaco und haben gesagt, naja, es ist mir ein bisschen zu heiß, die haben ja noch einen Rechtsstreit mit der SEC und wir wollen da eigentlich keine Probleme, keine Folgenschäden davon tragen. Der CEO von Metaco hat aber hier ganz klar gesagt, er sei mit allen in Gesprächen. Es sieht eigentlich langfristig sehr gut aus. Und für Ripple könnte das tatsächlich ein sehr interessanter, strategischer Zug gewesen sein, was in letzter Zeit sehr viele machen, by the way. Also sehr interessant. Binance-Gründer Setsi, also Chen Pengen-Sao, sitzt vorerst in den USA fest. Aber da habe ich berichtet, er will ja unbedingt raus wieder und zurück nach Dubai, wo eben seine Familie lebt. Die Amerikaner haben jetzt gesagt, nee, so weit lassen wir dich jetzt nicht gehen. Er hat zwar zugesagt, die Strafe zu bezahlen, aber das ist da erst ums Thema vom Unternehmen Binance. Und das ist aktuell ein bisschen der Clou aus der ganzen Geschichte, denn es wird hier schon nochmal ein bisschen happiger. Auf der einen Seite muss man sich die Frage stellen, kann Binance überhaupt die 4,3 Milliarden Schuldenbüste bezahlen? Wenn ja, wie muss sie bezahlen? In welchen Abstimmen? Gibt es eine Tilgungvereinbarung über 10 Jahre, über ein Jahr? Sind es mehrere Raten oder muss man alles auf einmal bezahlen? Hat Binance wirklich die Liquidität? Wenn ja, dann steckt sie eher in Assets. Und die Assets aktueller Zeitpunkt zu verkaufen, sehr gefährlich. Zugleich kommt natürlich auch hier, Zahm muss mit einer persönlichen Zivilrechtsstrafe rechnen, die mindestens 200 Millionen Dollar kosten wird. Auch hier wird es teuer für ihn. Zugleich, das wird nochmal interessant, ja, könnte es unter Umständen sein, dass er zwischen 18 bis 10 Jahren ins Gefängnis muss. Und das ohne seine Familie jetzt noch sehen zu können, weil der Prozess findet ja im Januar, Februar statt. Und so lange soll er also die amerikanische oder die USA halt nicht verlassen. Es ist und bleibt sehr interessant. Was wäre wohl passiert? Schreibt es gerne unten in die Kommentare. Hätte Binance damals FTX gekauft? Hätten die das irgendwie vorbeimogeln können? Und es wäre jetzt nichts passiert. Und Bitcoin wäre aktuell schon bei 80.000. Was denkt ihr? Eure Gedanken gerne unten in die Kommentare. Würde mich brennend interessieren. Der Bitcoin-Preis strebt die Rekord-Hashrate von 40.000 US-Dollar an. Oder dank der Hashrate. An 40.000 stehen immer noch sehr grosse Abverkaufsordards im Spiel. Zum Thema Hashrate muss man sagen, da habt ihr euch wieder mal ein bisschen schlecht recherchiert. Das Maximum war aktuell beim 19. November. Aktuell gibt es wieder eine kleine Korrekturphase. Ganz einfach, locker. Aber dass die Hashrate natürlich stetig immer neue All-Time-Highs bilden wird, auch in Zukunft, ist ja logisch. Das Netzwerk wird immer sicherer. Nach dem Halbigen wird es nochmal stressig. Es wird also immer mehr All-Time-Highs geben in der Hashrate. Und das ist auch richtig so, weil die brauchen wir natürlich für die Sicherheit des Systems. Wir fangen an heute mit Ripple. Ja, Ripple wird interessant. Ich dachte mir, durch diese News sollten wir schon nochmal ein bisschen schauen, wie aktuell der Preis aussieht. Da nehmen wir ein bisschen die Box weg. Die sind wir da ja auch angelaufen. Hier unten ebenfalls. J-Wave wieder schön funktioniert. Wir sind aus diesem Rising-Wertschout gebrochen, haben es aber nicht nach oben geschafft. Es gab auch noch keinen Retest. Aus diesem Grund können wir Folgendes anschauen. Deshalb mache ich das jetzt kurz in die Richtung. Ja, okay. Ich erkläre euch schnell, was ich hier gemacht habe. Ich habe eine ganz einfache Retracement hingesetzt. J-Wave wieder weg. Warum habe ich das jetzt gemacht? Folgender Grund. Es gibt zwei Sachen, die ich euch jetzt gerade mitteile. Erstens, ich habe diesen Fake-Out ignoriert. Das war der, der gesagt hat, Blackrock hat den Spot-ETF für XRP eingereicht. Das war natürlich eine Lüge. Also ignorieren wir. Was mir wichtig war, war das 0382-Level von der Retracement. Denn die sagt uns, ist ein Pattern ausgebrochen? Ja oder nein? Und wie wir es hier erkennen können, sind wir nur kurz rüber und wieder rein. Somit ist es eigentlich die Aufgabe, das hier neu zu justieren, respektive neu anzuordnen. Aus diesem Grund habe ich die Retracement jetzt angesetzt. Immer wieder mal ein bisschen wichtig, hier somit ein bisschen arbeiten zu können. Wir nehmen das mal komplett weg. Gehen mal ein bisschen auf die Stanz, um ein bisschen hier Klarheit zu schaffen, wie es gerade aussieht. So, wir nehmen auch all das mal weg, damit wir alles ein bisschen neu eintragen können. So, gut. Die Box sind wir auch weg. Voila. Also wir hatten einen Swing. Der Swing hat hier tatsächlich gestartet. Es gab so einen kleinen Mini-Swing mit einer Light-Korrektur. Aber wenn man hingeht, könnte man auch den Spread nach oben nehmen. Das wäre natürlich jetzt hier eine relativ klare Ansage vom Lower Low zum Higher High Hoch. Dann sehen wir mal, in welcher Phase man steckt. Auch hier immer noch im 0,3,2 aus der anderen Gegenrichtung her. Wir sehen hier einen möglichen Support Bildung. Das wäre nochmal machbar. Müsste man aufpassen, dass wir hier nicht sogar ein kleines, verstecktes Descending Triangle aufbauen. Wie gesagt, ihr dürft euch manchmal von solchen Linien nicht irritieren lassen. Versucht das grosse Ganze zu sehen. Und da hätten wir schon einen sehr interessanten Support-Bereich. Dazu würde ich gerne mal Folgendes anwenden. Wenn nämlich Bitcoin wirklich korrigieren wird in den nächsten Tagen, das kann dann schon nochmal ein bisschen spezieller werden, meiner Meinung nach. Das war dann hier unten. So. Ach, wie ich das liebe. Wir müssen von hier zu hier. Ach. So geht's. Voila. Jetzt haben wir sie bekommen. Also wir beobachten mal diese Grafik. Ich bin noch nicht völlig überzeugt davon. Das mal vielleicht vorab. Was uns noch fehlt, sind ein bisschen die Indikatoren. Es gibt also nochmal eine leichte Aufschwungmöglichkeit bis zur oberen Trendlinie. Das bedeutet also, dass 0,3,2 liegt eben auf diesem Niveau. Haben wir vorher gesehen. Somit gäbe es nochmal eine Möglichkeit für eine Abwärtskorrektur. Dazu nehmen wir noch die J-Wave dazu. Wir nutzen jetzt diesen Bereich mal aus, um zu schauen, wie oder wo stehen wir dort an. Da haben wir das obere Tag. Das heisst, die Korrekturphase würde bis und mit in den Bereich von, wenn wir das Golden Pocket dazu nehmen, 54 bis 53 Cent. So etwas wäre aktuell die Phase, die wir erwarten. Wenn wir natürlich das Target rechnen würden wollen, dann müssen wir dahin gehen, wo der grosse Zugkauf war. Das wäre der Bereich. Dann nehmen wir diesen Line, setzen es auf den Ausbruchniveau hin. Und dann sehen wir, dann würden wir in die erste Phase der Supportphase vom Orderbook reinlaufen. Da sitzen sehr, sehr viele Orders drin bei 45 Cent. Also diese beiden Boxen werden zuerst abgeholt. Wenn die abgeholt werden, gibt es vielleicht noch ein, zwei Bewegungen nach rechts. Dann gibt es eine neue J-Wave, die uns ziemlich sicher das Target dann hier im unteren Bereich aufzeigt. Wir können auch mal schauen, wie es aussieht. Wir sind auf jeden Fall unter dem Pullback-Niveau. Das wäre aktuell auf jeden Fall da. Das ist korrekt. Das wäre, wenn wir die übergeordnete Wave nutzen hier von dem Bereich her. Dann sehen wir, dann würde es theoretisch noch tiefer gehen. Aber ich denke, wir nehmen lieber die kurzfristige, die wir davor eingesetzt haben. Dann sind wir mal auf dem richtigen Weg. Bei Bitcoin wird es ebenfalls interessant. Ich habe schon wieder gesehen, dass viele YouTuber hier echt manchmal, also ich gucke lieber andere Sachen. Ich glaube, ich gucke mir lieber Big Brother an als YouTuber, die manchmal ganz spezielle Analysen machen. Das Übergeordnete bleibt bestehen von diesen beiden Springs heraus. Das nutzen wir natürlich auch immer noch die 32 bis 33,5 und auch hierunter Richtung 26,500 bis 25,400. Diese Bereiche nutzen wir. Aktuell sind wir im kleineren Frame. Hier, ja, lasst mich das ein bisschen grösser machen, dass ihr es besser sehen könnt. Wir haben diesen Frame hier eingetaucht. Wir haben gestern das Video gemacht. Ich habe euch gesagt, wir werden hier eintaucht. Genau, das ist passiert. Jetzt wird es eine kleine Gegenbewegung geben. Das sehen wir hier aus den kurzfristigen und langfristigen MICD. Auch die RSI gibt leichte Anzeichen dafür. Was aber auf, worüber wir sehr, sehr vorsichtig sein müssen, ist immer aufpassen, dass wir nicht in einen Bulltrap hineinlaufen. Ganz, ganz wichtig. Aber wenn wir jetzt den kleinen Average-Trend ein bisschen beobachten würden, dann sehen wir, gibt es nochmal eine Chance hier hoch bis zum Pullback. 38, 115 Dollar wäre das Pullback. Dann würde sich das System hier nochmal nach korrigieren und wir gehen immer weiter mehr in die Konsolidierungsphase. Dieses Rising Wedge hier ist sehr, sehr wichtig, weil das uns dann dementsprechend wieder eben in die Korrekturphase bringt, wo wir gerade darüber gesprochen haben. Somit gehen wir diesen Bereich an. Wir schauen die Möglichkeit hier, in diese Range hier oben anzukommen. Also ich würde dann wirklich diese Trendlinie beobachten, die in uns Target von der J-Wave-Technik eintaucht. Wir nähern uns auch immer mehr den Korrekturlevel. Dieses Korrekturlevel, was wir hier haben, liebe Damen und Herren, geht von einem, weil das wissen viele nicht. Viele machen das falsch. Dieses ganz kurz hier, Learning by Doing machen. Ihr habt hier die Trend-basierte FIP-Zeit. Wenn ihr hier vom Lower Low zum Higher High zum Lower Low gehen, dann heisst es, okay, wir steigen nach oben. Wenn ihr die Trend-basierte FIP-Zeit vom Higher High zum Lower Low zum Higher High gehen, dann ist es die Anzeige für eine Korrektur nach unten. Ganz einfach. Das muss man halt verstehen. Das versteht man nur, wenn man auch Bücher liest oder die richtigen Analysten zuhört. Dann seid ihr da auf dem richtigen Weg. Aber wir sind immer noch im Trend-Kanal. Dürfen wir nicht vergessen, der Trend-Kanal kann uns auch immer noch hier tiefere Tiefs bringen. Also das Worst Case liegt immer noch zwischen den 19,5 und 15,5. Das darf man nicht vergessen. Nichtsdestotrotz warten wir jetzt ab. Zuerst ein kleiner Hip nach oben, dann kommt ein kleiner Ausbruch aus diesem Rising Wedge, was uns dann dementsprechend aufs Pullback-Niveau manövrieren kann von der übergeordneten Story. Wird also sehr interessant, meine Damen und Herren. Wie gesagt, auch wegen der Hashrate, wo viele sagen, ja 40.000 ist machbar. Ja, wäre schon machbar, aber die Korrekturphasen fangen an bei 38, 39, 39, 45. Da hat es sehr starke bärische Orders drin. Da könnt ihr mir glauben, die habe ich relativ stark auf dem Radar. So, das war es von meiner Seite. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Hau einen Like-Button. Wenn du noch kein Abo hast, das Abo ist völlig kostenlos. Würde es diesem Kanal helfen? Würde es vielen anderen Menschen helfen, die noch nicht so wirklich Bescheid wissen, wie man Charts liest oder eben nichts verpassen will, um die wichtigsten Themen am Kryptomarkt. Ich sage Tschüss und bis bald. Ciao, Sarah. Tschüss. 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 Tschüss.